Ja, eine Selbsterkenntnis. Europäer sind bequeme Bastarde. Aber nicht nur, dass sie zum einen die ganze Welt für sich arbeiten lassen, sondern zusätzlich auch noch alles wegschieben, wegmachen, wegdrücken, mit Pillen zustopfen oder sonst irgendwas. Das irgendwie nicht in den Kram passt oder sonst irgendwie. Die Amerikaner sind da auch nicht viel anders. Und das ist halt eigentlich ein fettes Problem. Und also ich sage euch direkt, Leute, die Rechnung, die geht nicht auf. Die wird auf Dauer nicht aufgehen. Was da auf euch zurollt, wenn ihr immer alles wegdrückt und rausdrückt, was euch nicht in den Kram passt, anstatt irgendwie mal drauf einzugehen und zu gucken, was ist da überhaupt los, was sind das für Menschen, warum sind die so drauf und euch da ein bisschen zu kümmern um eure Mitmenschen, dann wird es euch hart treffen. Und das nicht, weil ich irgendwas will oder so. Ich brauche da gar nichts zu wollen. Ich kann auch einfach sterben und es wird trotzdem passieren. Selbst wenn ich diesen Planeten verlassen sollte, für immer, würde das trotzdem auf jeden Fall passieren. Einfach, weil das karmische Gesetz des Gleichgewichts irgendwann Platsch macht. Und dann versinkt Europa halt im Meer zur Not. Oder wird von der Eiszeit überrollt oder irgendwie Komet, fertig. Und deswegen rate ich euch mal von eurem hohen Nazi-Ross, auch gerade vor allen Dingen die Nazis, weil das hat ja nichts mit ethnischer Herkunft oder so zu tun. Wir fucken die ganze Welt ab und wenn da ein paar Leute herkommen, die ein bisschen abgefuckt sind, dann heulen wir rum. Ist doch scheiße. Und deswegen verliert die AfD auch gerade, weil es einfach nicht richtig ist. Weil ihr einfach nicht genug drüber nachgedacht habt. Ihr müsst erst nochmal das richtig ergründen. Warum, wie, was, wo, wie sind die Zusammenhänge, was ist mein Teil des Beitrags dazu, dass es so ist. Habe ich vielleicht eine Regierung akzeptiert, die korrupt ist oder so. Die weltweit Völker ausnutzt und ausbeutet. Ja, und wenn man dann halt das realisiert irgendwann mal, dass das einfach so eine schiere Menge an Leid ist, die durch das Handeln von Europas Wirtschaftsmächten und auch den transatlantischen Wirtschaftsmächten erzeugt wird, dann sieht man auch ganz logisch und klar, dass das eben irgendwann zu einem Rückschlag kommen kann. Man nennt es auch auf Amerikanisch Blowback. Und der Blowback, der kann halt entweder angenommen werden, indem man ihn liebevoll aufnimmt und versucht, in Zukunft weitere Blowbacks zu vermeiden, indem man sich um den Rest der Welt auch mitkümmert und dafür sorgt, dass es denen auch gut geht und die nicht mehr so ausnutzt. Oder man wehrt sich gegen diesen Blowback, wie das viele Nazi-Gruppen tun und das erzeugt dann natürlich Vergewaltigerbanden und Horden und was weiß ich, hast du nicht gesehen. Terroristen, Terroranschläge und so weiter. Also wenn ihr das nicht checkt, ja, dann kann das einfach übel für euch ausgehen. Das wollte ich nur nochmal sagen. Es hat überhaupt nichts mit mir persönlich zu tun oder damit, ob ich jetzt irgendwelche Ausländer unbedingt hier drin haben will oder nicht. Es hat einfach nur, und zwar wirklich nur, was damit zu tun, dass einfach das Universum immer versucht, ins Gleichgewicht zu kommen. Ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse, zwischen Heiß und Kalt, zwischen Leid und Heilung oder Leid und Gesundheit oder Krankheit und Gesundheit und so weiter. Also wie auch immer, die Liste ist lang, ist ja auch scheißegal. Nur, ja, also ich meine, man muss dann auch einfach manchmal in Demut ein bisschen akzeptieren, dass nicht alles so perfekt ist. Und, aber trotzdem froh sein für all das, was man hat, ja, und sich darüber freuen, dass es Europa gibt. Und das, äh, dass es aber auch, und sich vielleicht auch mal darüber freuen, dass es auch andere Länder gibt, ja, mit anderen Menschen. Und dass die auch hier halt dann zum Teil herkommen. Und wenn man die freundlich und liebevoll aufnimmt, selbst wenn es Arschlöcher sind, aber hier in Deutschland gibt es auch viele Arschlöcher, die Deutsche sind und in Deutschland geboren sind und Deutsche Gene haben. Und trotzdem, ja, ich zähle mich vielleicht auch manchmal dazu, weil ich halt einfach sage mittlerweile so, ja, Ellbogengesellschaft, haut drauf, ne. Dann muss man natürlich auch ab und zu mal selber Ellbogen haben, ne. Weil das funktioniert ja nicht, dass ich ja jetzt einfach nur mich immer unterbuttern lasse von allen. Und das ist halt genau das Ding, so, genauso wenig lasst sich der Rest der Welt einfach von Europa und den USA oder der Türkei oder was auch immer noch alles unterbuttern. Oder von Regierungen oder Geheimdiensten oder sonst was. Sondern es ist ganz einfach, ähm, dass eben, ja, dass eben da nichts zu machen ist, ne. Außer, dass es halt, ähm, dass man halt akzeptiert, dass das, was man eben auch anderen angetan hat, oder bewusst oder unterbewusst, irgendwo mehr oder weniger auch zurückkommt, ne. Und, ähm, wenn man sich dessen nicht bewusst war, dann ist es halt jetzt der Zeitpunkt, um sich dessen wieder bewusst oder das erste Mal bewusst zu werden, damit man eben ganz klar, ähm, dann mit diesem Problem umgehen kann und dieses Problem auch tatsächlich angehen kann. Weil sonst, ähm, haut es einem halt links und rechts um die Ohren, ne. Und es fliegt einem alles um die Ohren. Und das ist halt scheiße. Ne, also, es muss ja nicht so weit kommen, dass einem alles um die Ohren fliegt, wenn man das Problem erkennt früh genug und es dann auf eine liebevolle Art und Weise, ähm, annimmt, akzeptiert und, äh, aufnimmt und dann eben versucht aufzufangen, ein bisschen, ne. So. Wie halt, äh, wenn man irgendwie so einen, so einen Ball an so einer, so einer, so einer Schmur hat oder hier so einen Medizinball an so einer Kette oder wie auch immer, man stößt ihn von sich weg und man bleibt einfach nur blöd stehen, dann haut der einen um, ja. Fail-Video kommt. Und, äh, was ich jetzt gesehen habe, wo der gefunden habe. Und, äh, ja, wenn man aber den Ball auffängt, ne, oder, also, weiß, dass der da kommt, und, und man, dann kann man entweder ausweichen oder man kann den halt auffangen und dann ist der Schlag, den der Ball dann, äh, also die Kraft, die dann, dieser Ball auf einen wirkt, haut einen dann nicht um, ne, weil man ja darauf vorbereitet ist und dann dementsprechend handeln kann. Piss the ball and then throw it back. Ne. Das wäre bei Europa auch möglich gewesen, aber das war natürlich ein ganz klares Versagen der Politiker in Europa, die einfach es nicht hinbekommen haben, das früh genug zu checken oder vielleicht war es ihnen auch egal, ne. Weil dem Volk ist die Politik ja auf der einen Seite auch relativ egal und, ähm, die, ja, und denen ist auch relativ egal, was die Politik im Ausland treibt, weil sie einfach da auch nicht auf die Straße gehen und sagen, nö, das wollen wir nicht und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, ihre Verantwortung im Prinzip an die Politiker komplett abgeben und wenn diese Verantwortung abgegeben wird, ist es ja wohl klar, dass das nicht funktioniert, weil es immer wieder dann zu Verwerfungen kommt und, äh, weil eben auch die Politiker nicht es schaffen, selbst wenn sie nicht korrupt sind oder nicht Geld dran verdienen würden, schaffen sie es trotzdem nicht, sich um alles zu kümmern, äh, äh, denn es sind einfach zu wenige, um sich wirklich um alles zu kümmern und, äh, deswegen sind wir ja auch in gewisser Weise irgendwo frei , ähm, und uns steht natürlich auch frei, etwas daran zu ändern und daraus muss man aber jetzt nicht irgendwie einen neuen Nazi-Staat Deutschland machen mit KZs oder so, wie das manche gerne hätten, sondern, ähm, man sollte einen Weg finden, wie man die Menschen motivieren kann, dazu etwas zu tun, indem man Möglichkeiten bietet, etwas Gutes zu tun und gemeinsam was zu schaffen und das ist das, was Deutschland unbedingt lernen muss, weil in Deutschland ist es immer so, dass die Menschen meistens in Ego-Film fahren und meistens immer sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich habe kein, weiß ich nicht, ne, ich muss ja arbeiten oder sonst irgendwas, ähm, wenn man das als Ausrede nimmt, um eben sich da nicht mit zu beschäftigen, dann ist es natürlich klar, dass irgendwann dann auch Probleme auftreten können, die dann gravierende Folgen haben. Okay, ähm, ja, also insofern wünsche ich euch alles Gute und hoffe, dass ihr in Zukunft da ein bisschen bewusster dran geht, weil das ist eigentlich gar nicht unbedingt falsch. Das ist eigentlich gar nicht so, Vielen Dank.